Ja, liebe Welpenbesitzer, ihr werdet schon festgestellt haben, dass Welpen nicht nur lieb und süß sind, sondern manchmal wirklich anstrengend sind und um sich beißen. Und das ist sehr unangenehm für den Menschen. Leider reagieren wir auf dieses Verhalten oft falsch und machen das Ganze oft noch schlimmer. Welche Fehler das sind und wie ihr die vermeiden könnt, werde ich euch in diesem Video genau erklären. Also wenn ihr das lernen wollt, dann bleibt jetzt dran. Ja, liebe Welpenbesitzer, in diesem Video dreht es sich wieder mal um das Thema Beißen. Ich habe dazu ja schon ein Grundlagenvideo gemacht und für alle jene von euch, die sich das noch nicht angesehen haben, schaut euch das bitte zuerst an. Da erkläre ich nämlich ganz genau, warum Welpen das machen und wie ihr richtig damit umgeht. Nachdem dieses Thema aber wirklich so relevant ist und viele Menschen so stark beschäftigt, habe ich nun das zweite Video dazu gemacht und da möchte ich eben auf die häufigsten Fehler eingehen. Denn viele Welpenbesitzer machen schon einiges richtig, aber eben ein paar Fehler passieren uns schnell mal. Und das kann der Grund sein, warum bei euch der Welpe noch immer beißt. Also, welche Fehler solltet ihr vermeiden, wenn ihr dem Welpen das Beißen abgewöhnen wollt? Fehler Nummer eins ist, zappeln, schreien oder den Welpen gar zu bestrafen, wenn er in euch hineingebissen hat. Leider ist es so, dass für viele Welpen das sehr lohnenswert ist und sie das als Spiel interpretieren. Denkt nur dran, wie Welpen oder Hunde miteinander spielen. Für sie sind diese Strafmaßnahmen, gerade wenn sie in Spiellaune sind, wahnsinnig lustig. Das Beißen sollte sich aber für den Hund auf keinen Fall lohnen. Deswegen gilt, nach dem Beißen solltet ihr euch am besten nicht bewegen oder gar die Interaktion beenden und weggehen. Dasselbe gilt natürlich für Besucher oder jegliche Person, die mit dem Welpen interagiert. Bitte hier ein Auge darauf haben und ganz genau aufklären, wie die Person in der jeweiligen Situation zu reagieren hat. Denn wenn sich nicht jeder konsequent daran hält, nach dem Beißen die Interaktion zu beenden, dann wird euer Hund sich dieses Verhalten nicht abtrainieren bzw. sich zumindest merken, dass es bei manchen Menschen lustig ist. Und das wollt ihr natürlich auf keinen Fall. Ja und da kommen wir auch schon zu Fehler Nummer zwei. Und das ist, mit dem Welpen in dem Moment spielen, wenn er gerade wild ist. Das ist natürlich wahnsinnig lohnenswert für den Welpen. Und Welpen lernen ganz schnell, ich beiße meinen Menschen rein, denn dann holt er ein Zergelspiel oder wirft mir den Ball oder macht sonstige Aktivitäten mit mir. Das soll er aber natürlich nicht lernen. Deswegen das auf keinen Fall. Ihr dürft mit eurem Hund spielen und mit ihm lustige Dinge machen, wenn er ruhig ist und ein wünschtes Verhalten zeigt. Aber nicht in diesem Moment. Ja und da kommen wir auch schon zu Fehler Nummer drei und das ist, den Welpen wegbringen, wenn er beißt. Im Basisvideo erkläre ich genau, dass man nach dem Beißen die Interaktion beenden sollte und im besten Fall weggehen soll. Theoretisch könnte man natürlich auch den Welpen nehmen und diesen wegbringen, beispielsweise in ein anderes Zimmer oder hinter ein Gitter bringen, wo er euch nicht mehr erreichen kann. Das Problem ist aber, bis man den Welpen dorthin gebracht hat, interagiert man mit dem Welpen. Und das kann mitunter für den Welpen bereits wahnsinnig lohnenswert sein. Mitunter findet der Welpe das Hochheben auch unangenehm und fängt an, um sich zu beißen, um sich zu wehren. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Also das Beste ist wirklich, wenn ihr euch stets vom Schauplatz entfernt. Ja und da kommen wir auch schon zu Fehler Nummer vier und das ist, dem Welpen Aufmerksamkeit geben, wenn er beißt. Ja ganz wichtig, wir haben schon besprochen, wenn der Welpe in euch rein beißt, die Interaktion zu beenden. Nicht selten geben wir unseren Hunden aber zumindest unbewusst Aufmerksamkeit, wenn er in uns hinein beißt. Das könnte beispielsweise ein Blick sein oder ein Nein. Für den Welpen kann das schon lohnenswert sein, weil der Mensch mich angesehen hat. Er hat mich beachtet. Und das ist gar nicht so selten der Grund, warum manche Welpen wieder und immer wieder in den Menschen reinbeißen, um eben die Aufmerksamkeit von diesen Menschen zu erreichen. Und das kriegen sie natürlich in der Regel, wenn man da dann hinschaut und mit ihnen spricht. Also ganz, ganz wichtig, achtet da mal drauf. Achtet auch darauf, ob vielleicht andere Menschen das machen. Das passiert ja ganz schnell, dass wir da dem Hund ein Nein an den Kopf werfen. Für viele Hunde ist das aber einfach nur ein Zeichen für, ich wurde gesehen, toll. Also passt da gut auf. Ja und dann kommen wir zum letzten Fehler und das ist, zu viel oder zu wenig mit dem Welpen machen. Das ist generell nicht einfach in der Welpenzeit, den richtigen Auslastungsgrad für den Welpen zu finden. Aber insbesondere das Beißen drückt sich oft darin aus. Ein Welpe, der unterfordert ist, wird eher dazu neigen zu beißen. Und insbesondere auch Welpen, die überfordert werden, deren Alltag einfach viel zu stressig für sie ist. Das ist so ungefähr wie bei Kindern, wenn diese übermüdet sind, dann sind sie auch komisch und legen eigenartige Verhaltensweisen an den Tag. Leider ist es eben so, dass die meisten Welpen, wenn sie übermüdet sind, nicht ruhig sind und sich hinlegen, sondern eher überdreht sind. Und gerade das Beißen zeigt sich dann in diesen Situationen. Also überlegt euch stets, wie sieht euer Tagesablauf aus? Ist das vielleicht etwas zu viel oder gar zu wenig für den Welpen? Bitte, wenn ihr eh schon viel mit dem Welpen macht, nicht in die Auslastungsfalle tappen und mit dem Welpen noch mehr machen und noch mehr Action. Das macht es meistens noch schlimmer. Also ich hoffe, ich konnte euch helfen am Weg zum nicht beißenden Welpen. Vielleicht sind ja die ein oder anderen Fehler dabei, die ihr gemacht habt und ihr wisst nun, wie ihr in diesen Situationen richtig reagiert. Wichtig ist mir noch, dass ihr versteht, dass das Beißen nicht von heute auf morgen aufhört, sondern dass schlussendlich ein Prozess ist, der einige Zeit dauern kann. Je nach Vorerfahrung und wie wild der Welpe mit seinen Welpengeschwistern gespielt hat und natürlich ist es auch so ein bisschen rasseabhängig, wird es bei manchen Welpen länger dauern. Notiert euch das am besten und schaut, wird es besser. Hört euer Welpe beispielsweise früher auf mit dem Beißen. Beißt er weniger fest und weniger intensiv. Das sind alles Zeichen, dass ihr am richtigen Weg seid. Wenn das Verhalten überhaupt nicht besser wird und ihr nicht weiter wisst, dann holt euch natürlich wie immer eine erfahrene Trainerin oder einen Trainer, der euch durch diese Situation begleitet. In jedem Fall wünsche ich euch gute Nerven, aber trotzdem viel Spaß beim Training mit eurem Welpen. Bis zum nächsten Mal.